Sie sind hier, 12. Dezember 2018, 17.46 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Hamza Mendül, L, verletzte sich im Spiel gegen Lokomotive, Moskau, Heberrecht, Getty, Images, Schalke 04, beklagt den nächsten verletzten Spieler. Für Außenverteidiger Hamza Mendül ist die Hinrunde gelaufen. Er verletzt sich gegen Moskau. Für Außenverteidiger Hamza Mendül vom Bundesligisten Schalke 04 ist die Hinrunde vorzeitig beendet. Der 21-Jährige zog sich im Champions-League-Heimspiel gegen Lokomotive Moskau, 1 zu 0, eine Verletzung am rechten Sprunggelenk sowie der Sindesmuse zu. Wie lange Mendül genau ausfallen wird, kann nach Vereinsangaben erst nach weitergehenden Untersuchungen genauer bestimmt werden. Anzeige, jetzt das Trikot von Schalke 04 kaufen, hier geht es zum Shop, in Nationalstürmer Mark Hut, Muskelverletzung, dem Schweizer Rekordeinkauf, Breel Embolot, Fußbruch und dem Österreicher Guido Burgstaller fehlen den Knappen, die nach dem 14. Spieltag nur drei Punkte von der Abstiegszone entfernt sind. Bereits drei gestandene Spieler von Sportinformationsdienst.